Der Lehrberuf ist ganz wichtig. Man muss eine Zuverlässigkeit haben, Verantwortung übernehmen können, exakt und sauber arbeiten. Logisches Denken ist auch ganz wichtig. Und die Umgangsform, auch mit den Kunden, muss auch gut sein. Bei Daniel Frey ist das Gute daran die Sauberkeit, wir arbeiten sauber, das Team ist gut, Lehrlinge werden gut ausgebildet, man kann viel lernen, man kann viel mitnehmen in Zukunft und man wird auch viel unterstützt, auch praktisch unten in der Schule. Ich habe viele Kollegen, die selber den Beruf machen, aber die Kollegen, die den Beruf nicht machen, die denken halt Service machen, Öl wechseln, Rädchen wechseln, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Und mit den schönen Autos arbeiten können. Wir noch immer wieder. Wir machen das Gute. Wir lassen uns mit dem valor machen. Sog das Gute. Wir haben mit den Geräten und da ... Ähm wie das Gute. Wir haben der Gute. Untertitelung des ZDF, 2020